Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 18. Juli, Geek Talk Daily, die 164 heute. Martin Pogipsi-Rechtsteiner hat heute die folgenden Themen für euch bereit. Anytime, WhatsApp, PayPal, World Emoji Day, Fitnessforschung, Entschlüsselung per Gesetz und die LinkedIn-App. Beginnen wir doch mal mit ein bisschen Messenger. Anscheinend, gab einen kleinen Leak, ist Amazon dran, einen eigenen Messenger-Dienst zu nutzen. Ich glaube, es ist Sommer und viele Themen kommen ein bisschen raus. Natürlich möchte Amazon auch hier mitmischen, denn wo mischen sie nicht mit? Messaging-Dienste können alles von Messages versenden über Bilder, Videos versenden. Man kann darüber Standorte teilen, man kann Anrufe machen auf Sprachbasis, auf Videobasis etc. Und da möchte Amazon auch rein. Natürlich gemeinsames Musik hören, Rechnungen bezahlen wie gemeinsame Essen oder irgendwas kaufen, Geschenk für einen Freund, Freundin etc. All diese Dinge, die bei anderen, also ja, bald schon fast überall Standard sind oder und bald wöchentlich nachgeliefert werden beim Einzelnen. Ja, da möchte Amazon auch hin. Wenn es offiziell wird, werden wir natürlich hier im Daily und natürlich auch im großen Mutter-Podcast darüber berichten. Denn ja, mal schauen. Braucht ihr noch einen weiteren Messenger? Ich glaube, die Frage hat sich erübrigt. WhatsApp will eine neue Funktion bringen. Da gab es auch ein kleines Leak. Wer viel und gerne YouTube-Videos verschickt und bekommt, der kennt es. Kaum draufgeklickt, geht im Hintergrund der Browser der Wahl auf. Und da wird man dann, je nachdem wie es eingestellt ist, auch noch weitergeleitet an die YouTube-App. Und dann kann man es anschauen. Muss dann nachher wieder, ein Anführungs-Schlusszeichen, mühsam zurück zu WhatsApp und kann dann wieder antworten. Das soll sich anscheinend bald ändern, denn anscheinend arbeitet WhatsApp an der Integration direkt im Messenger drin. Wer möchte schon, dass seine Kunden aus der App rausfallen? WhatsApp auf jeden Fall nicht. Dann gibt es Neuigkeiten zum Thema Bezahlen. Ziemlich überraschend kam die Neuigkeit raus, dass PayPal jetzt im Apple-Universum drin ist. Im Apple-Universum im Sinn von iTunes-Store. Wenn ihr da Apps, Musikfilme, was auch immer kauft, Bücher als E-Books etc., könnt ihr ab sofort, zumindest in zwölf Ländern, PayPal als Bezahldienst nutzen. Etwas, was schon lange eigentlich gewollt, wo wäre von den Kunden, geht jetzt endlich. Deutschland ist mit dabei. Ich bin, ehrlich gesagt, gar nicht geschaut, habe gar nicht nachgeschaut, ob die Schweiz auch mit dabei ist. Aber ich denke, schräg schräg, hoffe doch mal, das gleiche zählt für Österreich. Da das aber im Text nicht drinsteht und der vom Jan ist, könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell kein Österreich gibt. Aber ja, da wird es sicherlich sonst einen Kommentar dazu liegen lassen. Gestern war es soweit, der World Emoji Day. Alle so, yeah! Schick mir ein Emoji. Ich freue mich drüber. Über Twitter, Kommentare, wo auch ihr immer mögt. Dann gibt es ein neues kleines Video. Und ja, eben, Thema Sommerloch. Es gab es im Jahre 2015 schon mal so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, einen Fernsehsender, der bei Apple in die Fitnesslabore durfte und da ein bisschen was darüber gebracht hat. Da sieht man jetzt wieder ein Video, wo das Ganze vom CCTV Plus, also ein Journalist von denen, hat ein bisschen, ja, Einblick in das Ganze gewährt. Und, viele Informationen, wenige Informationen, das kann man halten, wie man möchte. Auf jeden Fall sieht man ein bisschen, wie Apple da einen Hintergrund forscht für die Watch und natürlich die ganzen Dienste, die da hinten mit dran sind. Sehr spannend. Und ja, für den, der es nicht interessiert, klickt es euch nicht an. Ansonsten auf daily.geektalk.ca, der Link zum Video oder zum Artikel mit dem Video. Und dann, ja, Entschlüsselung per Gesetz. Anscheinend will Australien die ganzen Messenger-Anbieter dazu zwingen können, die End-zu-End-Verschlüsselung aufzuschlüsseln, wenn es dann gewünscht wäre und oder ist. Das Ganze möchten sie sogar ins Gesetz reinprügeln. Ich hoffe jetzt mal ganz stark, dass das ein, ja, Sommerloch-Thema ist und dass da irgendein verrückter Journalist irgendwelche, ja, irgendwo rumspinnt und dass das vor allem auch nicht irgendwie dann noch überschwappt in andere Länder. Denn, nee, ja, wenn ich da eine End-zu-End-Verschlüsselung habe und möchte, dann will ich die auch bestehend haben und nicht aufgeschlüsselt bekommen. Aber, ja, zu guter Letzt habe ich euch einen App-Tipp. Wenn ihr unter Windows 10 unterwegs seid, habt ihr vielleicht jetzt schon die Möglichkeit oder bekommt sie nächstens, denn das Ganze wird rollend ausgerollt von Seiten Microsoft, die LinkedIn-App. Den Dienst LinkedIn hat sich Microsoft ja im letzten Jahr für, oh mein Gott, was war denn das, irgendwas um die 5, 26 Milliarden Euro, Dollar eingekauft und dass das Ganze ein bisschen mehr ins eigene Ökosystem integriert wird, ist ja logisch. Dies geschieht zumindest aktuell mal mit einer App, die es jetzt endlich für Windows 10 gibt. Ich werde mir ein Windows 10 nachher gleich mal anschmeißen oder eines von meinen Windows 10 Devices und mal schauen, ob ich die schon habe. Da rutsche ich nämlich in letzter Zeit ein bisschen vermehrt rum auf diesem LinkedIn. In diesem Sinne, das waren die ganzen Themen für heute. Heute bewusst mal ein bisschen kürzer. Ja, vielleicht morgen ein bisschen mehr. Ansonsten euch einen wunderschönen und vor allem guten startenden Tag. Seid fleissig, seid erfolgreich und ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Euer Pogipsi, bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.